wie vor allem naja ok ich werde mir das mal anschauen ich tue jetzt einfach mal slash home und dann bin ich da das war natürlich ein bisschen schlecht so du hast noch gesagt ich hätte eine sehr angenehme stimme ja das denke ich jetzt eigentlich nicht ich habe schon schlimmeres ich war mal noch gefreien habe in unterbrochen dein ja so viele abonnenten habe ja noch nicht aber ja es steigt das muss dann geändert werden denn morgen kommt die nächste folge was meinst du so viel ich lust habe nächste folge also morgen 30 so aber wenn diese folge hier ausgestattet wird dann ist lang nicht mehr der 30 der ungefähr um 21 uhr wird es freigeschaltet und wir stricheln stricheln so nein mach bitte kein screenshot nein nein weil es hässlich aussieht und ich möchte es nicht ok weil noch ist nicht fertig alles mal gucken wie weit mein glas schon ist und wie alt bist du ich bin 16 ok noch nicht so alt und du 23 ja unser alter auf dem server steigt fängt bei irgendwo 12 an und geht tatsächlich bis 4 tic hoch so so oh naja nicht schon wieder regen in dieser welt wenn es einmal regnet dann regnet es richtig ja 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 mal ein bisschen leider stellen mal nächstes lied hier ein guckloch hier nie makst aber ja Okay. Aber wenn dann zu mühtrisch. Ach. Ach. Bist du AFK? Ob du AFK bist, siehst du aus so. Ja, ich steu nicht vor. Äh, ja, mal gucken wie weit das vier ist, so. Ja, ich steu nicht. Okay, wie dürfte es eigentlich gehen? Hoffe ich. Oder, ne. Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie ein kleines Muster reinbringen. Hm. So. So. So, genau. So, genau. So? Oder eher nicht so? Was soll ich machen? Mach mal das ab, komm mal hin. Okay. Ah, Glas alle. Äh, ah ja, die Bench hast ja abgerissen. So. Hat das was oder hat das nichts? Wenn ich die Sape nicht nur wegmache, dann fühle ich sicherlich größer aus, glaube ich. So. Ah ja. Komm doch gut. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal eine Treppe hier hinmachen. Ja, ich brauche nur noch einen guten Platz für die Workbench und das ganze Zeug. Ich glaube, ich mache das hier. Und die Öfen, wenn sie fertig sind, kommen auch hin. So. 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 Die ersten Kontase kommen schon, wir sollen was im Server zeigen. So, hier mal ein richtig dickes Fenster, denn ich finde es total toll hier die Aussicht zu genießen. Die erste Kontase gibt es die Schicksale, dein Info ist der Schicksale, würde mir die Schicksale. ja kennst du max payne kennst du auch die musik von dem mit der geige ok ja der spielte gerade auf seiner auf seiner ich weiß nicht ob es geige ist ja doch hört es schon so an